Wir haben jetzt für den Winter unsere Kündigung gekriegt, wir können uns keine teuren Mieten erlauben, deswegen laufe ich hier mit und möchte demonstrieren gegen dieses Projekt. Der Besitzer hat gewechselt, ich habe gerade eben erfahren, der Besitzer im Vorderhaus ist auch betroffen, es soll ein Hotel eingerichtet werden. Das bringt natürlich viel Kohle und die Verdreckung, da wird überhaupt keine Rücksicht auf bestehende Mieter genommen, auf die soziale Struktur. Wir haben 40 Arbeitsplätze, die dadurch gefährdet sind, wir können uns keine teuren Mieten erlauben und deswegen laufe ich hier mit.